Wir werden heute meine Weekend League Rewards öffnen und das Ganze machen wir so schnell wie möglich. Monatlich habe ich Silber 2, das ist nichts besonderes und wöchentlich habe ich irgendwie Gold 2 oder so gepackt. Ja genau, Gold 2 könnt ihr hier auch schon sehen und dafür bekommen wir ein seltenes Gold Set und zwei seltene Megasets plus 45.000 Münzen. So, das erste Pack ist hier das 25k Pack. Papadopoulos ist in diesem Pack und das ist leider kein guter Start. Ein seltenes Megaset. 55k würde dieses Pack im Shop kosten. Mal schauen, ob wir einen Schlitz bekommen. Genauso ist es, wir bekommen einen Schlitz und hoffen jetzt natürlich auf eine gute Karte. Komm on ZOM, es ist leider nicht ZOM, sondern Torwart und somit ist es Schmeichel. Ja da ist auf jeden Fall noch wesentlich mehr drin für die nächsten zwei Packs. Und zwar haben wir noch einmal das 55k Pack und einmal noch dieses monatliche Set am Start, welches wir jetzt auch direkt ziehen werden. Und hier haben wir natürlich einen Schlitz drinnen, das geht auch gar nicht anders. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht irgendwie Luck haben. Oh mein Gott, what the fuck? Es ist Al Moseilem. Ja, mit dem kann ich nicht ganz so viel anfangen. Wir schauen einfach mal, was dahinter noch so ist. Zwei Spieler müssten es noch sein und ach du Kacke, das ist ja absoluter Bullshit. Ja, mit den Spielern kann ich nicht wirklich was anfangen. Der hat eigentlich ganz akzeptable Werte, aber ja, wir gehen rein ins allerletzte Pack. Und da hoffen wir nochmal auf eine kranke Karte zum Abschluss. Und Leute, falls ihr mehr solcher Pack Openings sehen wollt, so kurze Pack Openings, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr aus euren Weekend League Rewards gezogen habt. Ich hab, wie ihr seht, leider nicht gute Sachen gezogen. Lichtsteiner ist hier der letzte Spieler für dieses Pack Opening. Und da bin ich auch schon raus, Jungs. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel bei MMORPG oder so euch irgendwas gönnen wollt. Und da bin ich raus, habt immer high hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.